Hallo und herzlich willkommen bei der vorerst vorletzten Folge T-To-The-Double Was? Was hat er gesagt? Früher war das besser. Ihr war das früher besser als D-B-D. Ja früher. Also wann spielt man ja D-B-D? Wurde mal zwei, ey. Wurde mal zwei, ey. Wann kommt wieder T-T-T? Also D-B-D kommt wahrscheinlich nach T-T-T und dann kann alle fragen wann T-T-T wiederkommt. Das ist so der Plan. Das war der Plan. Weißt du was das absolute Master meint ich ist? Die Frage wann kommt wieder Bannon, ey. Boah, Tobi. Aber das hättest du jetzt nicht ansprechen dürfen. Jetzt hast du einen richtigen Brainfark rausgehauen, Tobi. Das stimmt. Oder schreib doch mal einfach wann kommt und dann random Multiplayer-Spiele. Ja. Bitte nicht. Einfach mal euren Vorschlag. Also ich fänd's cool. Wann kommt Counter-Strike? Ja geil. Tobi. Für die Playstage. Oh Gott. Ey da hinten, stopp. Was? Paaren, warst du dann im Traitor-Shop? Okay, wer war das? Wer war das? Nein, ich hab mich versperrt geschossen. Ich hab mich geschossen, ich bin hier. Ich hab mich geschossen, ich bin hier. Ich hab mich geschossen, ich bin hier hinten. Okay. Hallo. Ich wollte hier erst da vorne lang gehen, dann hab ich... Das sieht so scheiße aus. Oh, Mann, jetzt krieg ich ein bisschen Kopfschmerzen. Dengengeng. Dengeng. 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 Huch, was denn hier ist von? Ich hab euch im Blick. Ich mag die Skins. Tobi? Ja. Ja, ja, ich lebe, ne? Ich find die Map auch super. Ey, Tobi! Na! Ah! Alles klar, alles klar. Tobi ist im Wasser. Tobi ist Traitor. Ey, das ist Pan. Was ist Pan, die im Wasser ist? Ich bin dann im Wasser. Okay, Tobi hat sie als Pan verkleidet. Tobi ist Traitor. Ah, Ehrich, ah! Okay, Curry ist tot. Erik ist Traitor. Äh, hallo? Das war Tobi. Degeng. 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 Mein Name ist Harald, ich bin Bademeister. Ich bade und meister. Das wird schön ersetzt. Warte mal, Tobi. Wir müssen mal eben was gucken. Nee, Curry, bitte. Warte mal. Okay, alles gut. Tobi, nicht hier schießen, ja? Hä? Warte mal, ich will nur schauen. Okay, Pan ist sehr ruhig. Huch, voll. Nee, Pan ist sowas von mit dem Ding hier nach oben gefahren. Die ist hier gerade vorne gewesen, Tobi. Die ist jetzt nicht mehr hier, ne? Alles klar, okay. Dann ist die oben. Pan ist oben. Ah, ist klar Pan. Ah, ist klar Pan. Das ist ja immer hier Standard. Das fängt ja schon an mit dem Team. Das Ding, ich hab vorhin Pan, vorhin hab ich Pan gesehen, wie sie in einer Kabine war und hat die Tür verschlossen und dann ist sie wieder rausgekommen. Soll ich die nur versteckt? Nee, aber der Witz ist, Tobi, sie war gerade noch bei dir und jetzt ist sie plötzlich nicht mehr da und die kann nicht... Kommt der Plottwist und einer von euch ist... Nee, 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 Pan, du kannst uns nicht mehr verarschen. Das Lustige ist, sie ist ja auch nicht auf der Map zu sehen irgendwo. Sie läuft ja nicht irgendwo rum. Da hinten ist der Curry, da ist der Tobi. Da oben ist sie. Oben in der Ecke. Ich halte das, ich halte das einfach für so eine Lüge, ne? Ich möchte mit dem Curry vom Spiel ausgeschossen. Ey, was soll das denn jetzt? Wie der einfach nur lügt? Ich fühle mich hier hart gemobbt, ich mach überhaupt gar nichts. Also Pan, ich find das überhaupt nicht gut, was du jetzt grad tust, ja? Ich hab überhaupt gar nichts. Halt, stopp! Nein, was? Ich bin völlig unschuldig. Warte mal, ich hab was für die Pan. Warte mal. Ey, was ist passiert, Erik? Ich hab geschossen. Achso. Ah! Komm, seid nicht Pan! Ja! Was? Hast du gesniped oder was? Hä, wo denn? Von wo? Von da oben? Aus Japan haben wir auch gesniped jetzt. Boah, ey. Dann geh ich Panen! Automaten reichen auf! Du alter Capgele, du Scheiße! Tobi, geil, der Tita hat sie es. Was? Der Curry ist ein Error! Richtig geil, der Dick-Tee. Warte, du kannst doch sowas nicht sagen, Alter. Hä, gibt's hier eine Farbe nicht, oder was? Okay, warte, jetzt noch mal Equip. Bin ich jetzt wieder richtig? Äh, ja. Okay, bei mir ist der Curry blau, ja. Tobi ist bei mir ein Error. Ey, du bist so blau, Leute. Erik, du bist Mr. Kramp. Hä, und du bist ein Error? Jetzt bist du grad gezoomt, irgendwie. Warum hast du dich so teleportiert, Tobi? Tobi ist der ganze Teleportiert. Bin ich jetzt wieder ein Hai? Äh, jetzt bin ich bei mir selber ein Error. Hä? Und Tobi hat immer noch keinen Skin bei mir. Hä? So, und jetzt? Jetzt hast du einen blauen Skull. Jetzt ist wieder cool. Das hab ich ja super gemacht. Nein, du brauchst das nicht machen, was du da vorhast. So, ich muss meine Sniper nehmen. Ich muss jetzt hier weg. Ich weiß genau, was du da vorhast. Übrigens, ganz kurz, ich bin übrigens sehr innocent. Also heute bin ich ausgesprochen innocent. Okay, Erik ist safe. Ich hab schon gerochen. Was? Ich rieche nach Babymilch und Einhorn. Ey, können Sie mal aus der Dusche rausgehen, bitte? Hey, hey, hey. Ja, dann hat der Tobi jetzt zwar nichts gemacht. Okay, komm. Guck dich. Was? Ich wusste schon immer. Tobi ist Traitor. Der ist grad auch im Traitor-Menü gewesen. Ja. Genau, ich war mit Curry in der Dusche im Traitor-Menü. Genau, Pat. Fock, Fock, Currys Augen war ich. Entschuldigung, weil ihn das geil macht. Ey, Tobi, ich hab schon so einiges gesehen, okay? Hä? Das kann mich nicht mehr abschrecken. Das ist aber eklig. Hä? Was musst du denn da machen? Warte mal. Ist der Erik nicht da vorne bei dir in der Ecke? Hä? Nein. Bei mir? Nö, da war keiner. Warte. Ja? Dann ist der, dann... Dann müsste... Ja, Curry? So, der Erik ist doch grad hier hinten gewesen, oder nicht? Wo hinten? Ah, dann, ja, dann müsste der hier drin sein. Also entweder ist hier in dem Raum, oder es... Ähm, Leute, ich bin hier hinten. Hallo. Hallo, hier oben. Nee, 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 du warst aber nicht. Du warst vorhin noch auf der anderen Seite. Ich war die ganze Zeit hier drüben. Guck mal im Video. Nein, 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 nein. Ich war die ganze Zeit... Ich hab grad die Pan beobachtet, wie sie da hinten lang gelaufen ist. Ich hab geguckt, ob sie in den Traitorraum geht. Darf ich was machen, Erik? Ja, was denn? Hä? Okay, ich bring mich um. Entschuldigung, nein! Tobi, nein! Der Curry hat immer recht mit seinen Vermutungen. Warte, warte, ich bring mich um. Ich verbring mich jetzt. Es ist scheißegal. Ich fühl mich ganz, ganz schlecht. Ich bin ein ganz schlechter Mensch. Ich bin jetzt Haifischflossenratten. Tobi! Scheiße! Was denn, Pan? Geh weg! Pan bist du Traitor? Pan bist du... Du bist du Traitor, Pan? Okay, 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 Pan. Danke, Curry, ne? Wollte ich mal sagen gerade. Fällt's auch gut, dass du dich doch selbst getötet hast, dann. Der Curry tötet ja nicht einfach selbst. Es passiert hier. Ui! Ui! Pan, wo bist du? Ui! Ich bin hier weg! Ui! Hä? Ui! Okay. Wo bist du denn? Ähm, ich bin in einem Meer voller Tränen. Ich muss dich was fragen, Pan. Nein, bitte nicht. Nein, jetzt geht es wieder nicht. Nein, jetzt geht es wieder nicht. Nein, ich... Bitte nicht schießen, wo auch immer du bist. Scheiße. Okay, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Du kannst das schaffen. Wie schnell bist du denn? So. Ja. Ui! So, Tobi. Hm? Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Wo bist du? Mein Kopf juckt euch. Ich kann den gerade nicht kratzen. Oh, ich hasse sowas. Waschenpaar? Warte, warte, warte. Ah, ne. Halt ich nichts von. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt knut bei Ikea. Scheiße. Hey. Pan. Pan, komm mal her. Ähm. Ah! 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 Wo hast du meinen Kopf gefunden? Nein! Kakaak. Pan, wo bist du? Keine Elmer. Das blöde Huhn, ey. Okay. Okay, Tobi. Ja? Okay. Ich bereue gerade meine Waffe weggeworfen zu haben. Ich bräuchte die jetzt. Aber okay. Ja, vielleicht mache ich das ja sogar. Okay. Scheiße. Mach mal. Mach mal. So. Ich stelle mir grad TTT mit VR vor. Das wäre eigentlich voll geil. Boah, ich würde mich so auf der Schrecken hier. Ja. Ich campe jetzt einfach ganz knallhart. Oh, ja. Knallhart mache ich das. Was ist denn? So gar nicht. Zehn Jahre später. Hm. Na ja. Ja, ich hätte meine Waffe nicht wegwerfen sollen. Willst du mich verarschen? Aber du hast es mit den Hühnern, ne? Wo? Du Sau. Mist, ich habe keine richtige Waffe. Ich seh dich. Ich seh dich. Ey. Ich kriegste mich nicht. Du kannst mich mal. Ich würd jetzt mal ne Waffe Gib es nicht, 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 gib es nicht. Scheiße! Trabbt! Baaah! Farn, bleib stehen! Nein! Farn! Kommst du mich zurück? Nein, mein Bummer ist weg! Oh, Farn, da muss ich jetzt leider so holen, warte mal. Ach, das ist die gleiche, scheiße. Ey, bleib mal stehen! Nein, warte, ich bin so nah dran! Farn, kann ich ein Autogramm haben? Farn, bleib mal stehen! Ich hab doch mal ne Frage! Farn, bleib doch mal stehen! Ah! Ey! Ey! Nein! Ich schaue keine Scheiße! Komm, komm! Nein! Alter! Alter! Nein! Ich meine, ich dachte, du kommst mich holen, weil das Hühnchen das hat auf dich gemacht. Ah! Oh, ey! Ich war übrigens nicht Traitor! Ich war wirklich die ganze Zeit da oben! Ey, ich war mir... Ey, es war so fein! Ich passte halt auch sehr gut, ey! Ich hätte schwören... Ich hätte alles darauf gewettet, dass du das bist! Ja, aber das tust du doch immer, Curry! Das machst du immer! Nein, nicht so! Doch! Nicht so sehr! Das wird mir nach den 99 Folgen einfach fehlen, dass ich immer zu unschuld verdächtig werde, weil ich nie Traitor bin! Nie! Nie! Ich hab noch nie einen Moment gehabt, wo ich dich erschossen hab, wo es dann richtig war! Das ist so traurig! Ne? Siehste? Aber ich hatte mal einen Kommentar, wo steht, Curry hat immer recht mit seiner Vermutung, was Gronkh angeht! Hatte ich auch schon öfter gehabt! Ich bin ein richtiger Digitiv, ey! Digitiv, ey! Ach, Tobi, komm bitte! Digitiv! Digitiv! Hallo? Digitiv, ey! Warum bist du schwarz, Pan? Ähm... Pan ist schwarz-weiß! Ah! Hey, 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 hey! Komm ab, Tobi! Hey, der Server hängt! Nein! 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 Der Server muss entrüppelt werden! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Ja, geil, geil, geil! Ich bin plötzlich tot! Tobi, das sieht so geil aus, wie du diese Waffe in der Hand hast! Schieß mal damit, bitte! Nein, nicht auf mich! Tobi, schieß jetzt! Haha, Curry! Was willst du vor mir? Tobi... Ich versteh dich nicht! Drei... Zwei... Hallo? Server hängt! Ah! Curry hackt! Curry hackt! Curry hackt! Was ist denn heute los? Warum sind die jetzt hier vorne? Der Server läuft aus, der merkt, dass nur zwei Folgen sind. Hey! Ich konnte nie diesen scheiß Namen ändern! Das ist nämlich so auf Pandorias TVT-Serverchen! Serverchen, hui! Ah! Haha! Tobi, geh weg! Wenn ich gleich tot bin, dann war's Tobi! Okay! Ah! Curry ist tot! Was? Okay, Tobi war's! Wer ist ein Traitor? Wer ist ein Traitor? Wer ist ein Traitor? Wer ist ein Traitor? War da hinten in der Ecke? Ähm... Ich glaub, ich muss den Erik erschießen! Ich glaub, ich muss den Erik erschießen! Ich glaub, ich muss ihn erschießen! Ich glaub, Tobi war der sich zu... Ja, echt? Ich guck cool dabei, es macht mich geil! Okay, geil! Was wird dir los? Der Tobi hat zu lange auf Amazon gesurft vorhin! Hä? Wo kommt die Pan auf einmal her, Curry? Hä? Was ist denn mit euch los? Ich bin die ganze Zeit schon in dem Raum! Äh... Und seit wann? Hä? Also, die Pan war eben noch nicht hier! Nee! Ja, die ist mit dem Fahrstuhl runtergekommen! Die ist mit dem Fahrstuhl runtergekommen! Die ist mit dem Fahrstuhl runtergekommen! Der Curry hat mich gerade ja schon gesehen! Ich war da vorne in der Ecke! Ich hab mich hier versteckt und hab die Tür zugemacht! Ja, nee! Aber du kamst vorhin auch einfach aus dieser Ecke hier raus! Ja, und dann hab ich so gemacht! So! Guck mal! Guck dir mal den Trick an! Hallo! gleich bist du totgerießt! Nein hier geht nicht! Uargh! Nein! Nein. So.. sof.. Tür zu. Feierabend jetzt! Ich bin ein dicker Haal... Ich bin ein dicker Haal... Ich bin ein dicker Haal... Ich will Traitor sein ich will die Fallen auslösen verdammte Scheißerupt Dann löst doch einfach die Fallen aus! Ich bin nicht Traitor. Huibu, huibu, huibu! Huibu, 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 huibu. Huibu, 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 huibu. Ich bin ein Dicker-Hall. Willst du grad die Dings hochrennen, oder was? Raizen, gegen den Sprung! Der Tobi ist so ruhig, was denn los, Tobi? Ich bin Traitor. Achso, okay, ja gut, dann verstehe ich das. Tja, Kari, das wär'n schöner, schöner, ich kann heute nicht reden. Du bist mir voll ins Gesicht gerutscht. Ja, mit dem Arschsprung an, ey. Ne, hier sieht mich keiner. Ist das da vorne, Tobi? Ja, das ist eine dunkle Gasse, komm mit, Pan, das ist gut. Hey, Pan, hey. Es sieht immer aus, als hätten die Leute einen Bumerang in der Hand hier mit dem Scheiße. Ja, der Tobi hat immer einen in der Hand. Das hab ich erst mal bei Erik auch gesagt. Das ist kein Bumerang beim Tobi. Aber der kommt trotzdem zurück. Die sind so süßig. Weil er so krumm gebogen ist einfach. Der ist aerodynamisch nach die Euronorm. Wo ist denn Thomas die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Thomas ist der Thomas. Thomas ist da oben jetzt. Ah, meine Tastatur. Ah, meine Tastatur. Und bitte nicht schieben. Hat ich mir ihn getan, oder was? Ah, meine Tastatur. Oh, geil. So. Pan in der dunklen Ecke. Nein, 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 nein. So, hier oben kann mich jeder sehen, wenn mich jetzt jemand tötet. Pan, ich bring dich jetzt um. So. Nein! Ähm, Gronkh. Ja? Du hast keinen Skin. Oh, Entschuldigung, ich wechsle mal kurz. Ich weiß, wie du da oben hinkommst. Ich weiß, wie du da oben hinkommst. Ich wechsle mal kurz. Bitte nicht schießen. Hä? Aua! Nein! Oh, der Server! Der Server! Äh, wieso bin ich hier der schon wieder? Jetzt ist er kaputt. Jetzt ist er kaputt. Alles klar, okay, deswegen. Weißt du, jetzt ist es soweit? Ich hoffe nicht. Ja, ich glaub, das war's. Traitor, wer warst du? Wer war Traitor? Wer war Traitor? Wer war Traitor? Ey, Tobi, Mann. Ich war's nicht, ne. Achso, da ist er wieder. Ah, geht weiter. Oh Gott. Hä? Ich dachte, wenn mein Plan klappt und der Traitor entlastet sich jetzt. Dann ist es Pan. Ich hab extra dafür den Server angehalten. Eben so Stopp-Taste gedrückt. Zack. Aus die Mauer. Was? Wo? Wie? Wer hat da grad auf mich geschossen? Ich nicht. Wer war dat? Ey. Aha. Hä? Erik. Erik ist gerutscht. Wat? Hier ist ich... Oh. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Okay, also Pan oder Curry? Also Curry oder Tobi? Ich sag Curry ist es. Ich sag Curry ist es. Ich sag Curry oder Tobi. 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 Was? Ich hab Tobi so'n Gefühl. Ey, geh weg Tobi. Tobi ist es auf jeden Fall. Weil Tobi hat auch mal Gefühle. Hm? Geh weg von der dunklen Gasse. Ich? Ich sag Curry. Ich sag Curry ist es unaufhängig. Ich bin immer unaufhängig. Weil ich einfach nur spazieren will. Okay, der Curry versteckt sich gerade in einer Kabine. Ich muss mich umziehen. Der Erik ist aber grad gerutscht. Also der Erik ist safe. Der Erik ist safe. Juhu. Also Curry sagt wahrscheinlich was anderes. Ich bin aus Versehen gerutscht. Ich dachte ich werde trotzdem verdächtig. Hey ne der Erik ist safe. Alles cool. Okay, okay. Was hast du da gemacht Curry? Soll ich dich mal erschießen? Ich hab gesagt ich hab mich umgezogen. Soll dich mal erschießen? Ja der war im Schreiber bitte. Aber so offensichtlich? Ich würde das wirklich so offensichtlich machen. Ja das ist umgekehrte Psychologie. Ich kann nicht mal das Wort aussprechen Tobi. Psycho. Psycho. Einmal mit Z Curry. Einmal mit Z. So wie du es in der Schule gelernt hast. Psycho. Psycho. So wie du es in der Schule gelernt hast Curry. Psycho. 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 Psycho sind Junge. Psycho sind Junge. Ich gönn mir mal grad den Spaß. Bist du geblieben. Was denn? Ich gönn mir grad den Spaß. Ich gönn mir grad den Spaß. Ich gönn mir grad den Spaß. Leck mich Curry. Hä? Äh? Das? Also fahren ist auch safe Curry. Jetzt gönn ich grad den Spaß zwischen den beiden. Ja alles klar. Na dann. Na dann wird jemand gleich den anderen erschießen. Ja der Curry. Der Curry. Soll ich auch schwimmen gehen? Geh mal schwimmen Tobi. Ja alles klar. Ja. Ja. Und er ist jetzt Pandoria. Wer auch immer das da oben ist. Dann ist es Curry. Es ist Curry. Es ist Curry. Dominator geht hinterher. Oh Gott da oben spinnt sich die Lage zu. Oh mein Gott. Gleich mit einer sterben von den beiden. Wer ist es? Wer ist es? Wo bist du denn hin gerannt? Wer ist es? Wer ist es? Ja tschau. Okay tschau Curry. Dann spielst du die nächste Runde alleine. Tschüss. Huch. Nein. So hängt. So hängt. So hängt. Was ist der mit dem los? Der will nicht mehr. Der will sich gar verabschieben. Äh. Ich bin jetzt in der Luft gewesen. Hä? Und auf einmal fängt die neue Runde an. Hä? Okay jetzt sind wir wieder da. Ich bin wieder da. Pan. Ich glaub die Pan stellt die ganze Zeit ein, dass sie jetzt Trader sein soll. Das kann sein. Das glauben immer Leute. Hör auf damit. Wir machen das jetzt extra, damit die Folge noch länger wird. Damit wir noch mal ordentlich Geld für die Folge machen können. Ja geil. Das ist gut. Ja ich wollte 20 mal Werbung reinhauen. Ja Mann ich bin's wieder. Geil. 60 Minuten Folge so weißt du. Curry nice. GG alter. Das ist die umgekehrte Psychologie. Könnte sein. So. Ich war erstmal fett im Tradershop. So. Geil. Eigentlich müsste ich Curry jetzt erschießen für die Aussage. Äh. Tobi hat kein Hai. Eigentlich müsste man Curry jetzt erschießen. Für die Aussage. Tobi trau dich. Tobi trau dich. Dieser Tradershop wird ihm präsentiert von Edeka. Warte mal. Ich schieße ihn mal an. Guck wie er reagiert. Ja. Hör doch auf. Hallo. Ich habe 31 hält. Willst du mich verarschen? Ja. Er ist Traitor. Curry ist Traitor. Hä. Was? Äh. Was denn? Pan was denn? Der Tobi hat wirklich auf den Curry geschossen. Warum hast du mir so viel Leben abgezogen? Weil du gesagt hast du bist Traitor. Ja. Toll Tobi. Ist das dein Preis ernst? Du hast mich mal erschossen. Weil ich gesagt habe. Oh ich bin schon wieder Traitor. Hast du mich mal erschossen alter. Ja. Komm. Na komm erschieß mich. Erschieß mich komm. Ich will ja auch Leben abziehen jetzt. Ja komm. Komm her. Wie viel hast du jetzt Tobi? 1. 1. Auf jeden Fall hast du 1. Hallo Pan. Das stand wounded Tobi. Wounded. 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 Für dich kriegst du jetzt noch einen ey. Wenn ich jetzt einmal anschließt, dann bist du tot. Nö. Okay. Ich bin ja nicht so Spacko wie du ey. Spacko ey. Spacko. Du bist Traitor. Du hast dich ja, du bist Traitor. Wie du erschießt mich jetzt Tobi ne? Wie ist die Lage? Ich beobachte dich nur. Ja ja genau. Ist du nervös? Ja was denn? Ja ich bin auf jeden Fall nervös. Ja weil du, weil ich irre bin und du mir die ganze Zeit hinterher rennst. Weißt du was? Ich rutsch jetzt einfach. Ich mach es jetzt genauso wie ihr gerade. Ja mach mal. Los. Ciao. Nö mach ich nicht. Ist da unten Tobi? Aber Thomas ist weg. Hä ich bin da nicht weg. Ich bin hier hinten. Was willst du? Wo hinten? Hä ich bin hier hinten bei den Fenstern. Und wie du schießt von da hinten auf deinem Outpost. Auf mein Outpost. Äh da rutscht gerade wirklich jemand. Ja so. Ciao. Ich geh da nicht runter Tobi. Hau ab. Ach komm. Dann ist der Erik. Hä? Was? Ich bin ganz vor Anlass. Pan ist oben gewesen. Kobi war hier unten. Dann ist es Erik. Alter will ich sterben. Ja gut Curry. Curry dann schieß doch wieder auf mich. Pan war doch da oben gewesen. Hat das ausgelöst oder nicht? Also die Pan war oben auf dem Dingens. Achso das war das was genau. Ja dann ist es Pan. Ach komm Pan ey bitte. Okay. Dann ist gut. Du hast doch gerade noch gesagt. Du hast doch gerade noch gesagt. Dass du mich angeguckt hast Pan. Aber Curry merkst du ein Muster? Du fantasticst mich immer. Ne ich wusste. Nein. Ich wusste nicht dass das Rädchen da oben ist. Wenn es nach Curry ging wäre. Da wäre Erik schon längst dort. Immer. Ich war doch leise Tobi. Ganz ehrlich. Er ist doch Curry. Oh ich seh nichts mehr ey. Ich seh nichts mehr ey. Ich seh nichts mehr. Ah ich weiß nicht weil ich so fett bin. Wo ist sie jetzt? Da vorne esse. Da vorne esse. Jetzt geht sie aufs Dach. Jetzt geht sie aufs Dach. Das halte ich auch für eine Lüge. Ja klar. Scheiße. Du sagst nichts mehr gegen die Anschuldigungen. Weißt du. Hat jemand ne Schnipper? Ah das ist alles ne. Was? Na komm wir schnippern dir jetzt. Kann jemand ne Schnipper? Können wir ja nicht einfach hochfliegen Pan? Also du musst zu uns kommen. Das weißt du schon ne? Ja ich weiß. Ach Manu. Komm das wird doch lustig Pan. Lass uns mal ne Fiesta machen jetzt. Nein. Ich weiß nicht. Ja fast Tobi. Geil. Ich schaff das. Loll. Schade. Freu dich Curry. Freu dich. Oh geil. Danke für den Bummen. Bitteschön. Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du Memory mit deinen Zehen spielen. Loll. Ja. Komm doch nochmal. Komm doch nochmal Panchen. Wo ist sie denn? Ich lebe doch du kleine alte Hacke. Wo ist sie denn? Nicht mehr lange. Oh. Wieso. Nein ich komm nicht aus dem Pool. So ein Wal der dann hoch springt. Hey Pan. Hallo. Hey Pan. Nein. Pan komm doch mal her Pan. Pan komm mal her. Ach da oben geht auch? Pan komm doch mal her. Da. Ah geil. Nein. Ich muss ja beschreiben man. Ah. Ach ja. Oh yeah. Ich freut mal mit dir die Traitor rein. Weißt du Tobi wir müssen zusammenarbeiten ne. Aber wir sind einfach, wir haben uns gegenseitig geschadet. Wenn du sagst dass du Traitor bist. Der Gronkh ist ein Error. So. Wenn du jetzt sagst du ja komm jetzt nicht. Was. Das kannst du nicht einmal so sagen. Ich würde sowas nicht sagen. Nee hast du ja noch nie gesagt. Stimmt Tobi stimmt. Ja. Ja. So. Die Textur stammt von meinen Eltern. Oh. Bin ich auch ein Error? Nee ne. Nein du bist gewollt. In game nicht. Hat aber einen Moment gedauert ne. Oh. Ich muss ja schießen. Feige. 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 Hast ja eine Runde gewonnen. Runde gewonnen. Oh die sind wieder draußen in die Fahne. Ja was denn? Warum stehst du hier? Wunderschön wie das Error einfach da stehen mit der Schrotflinste so. Hä? Ich lauf hier rum. Hä? Nein du stehst hier. Ich lauf hier rum. Hä? Jetzt ist er weg. Hä? Achso. Jetzt hab ich grad Skin gewechselt. Ich bin Traitor. Wo war der denn? Irgendwie stand der hier vorne noch und dann plötzlich hatte er sich bewegt. Ich hab grad Skin gewechselt dann. Hat er gesappt. Ja. Hat gesappt. Ja ok aber wer das Skin gewechselt kann das ja nicht sein. Guten Tag. Ja. Ja. Das ist ein Wahle im Kreis laufen ok. Ja ok ok. Wir sehen also so Depri aus. Wo ist ein Tobi? Der Tobi ist irgendwie der. Schwertervenu. Ah da ist er Tobi. Da vorne. Ok. Tobi guck mal hier. Ich fang die. Ja fang die auf. Die ist voll cool Tobi. Fang die schnell. Ja na 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 na. Nein. Bitte nicht schießen. 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 Kannst du ja offensichtlich eh nicht sein. Kannst du mir also trauen? Kann ich dir trauen? Ja. Aber wieso? Kannst du es offensichtlich nicht sein? Ja. Ja. Weil ich gerade Traitor war. Ja. Und deswegen kannst du es offensichtlich nicht sein? Was ist das denn? Der Service ist so eingestellt, dass jeder immer nur einmal Traitor ist. Mh. 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 Das hat sie immer gesagt, wenn sie Traitor war in der Runde. Hat sie es immer gesagt. Was? Ich hab das noch nie gesagt. Nee. Du hast noch nie gesagt. Ich kann es jetzt offensichtlich nicht sein, weil ich es gerade schon war. Voll der Running Gag einfach bei dir. Ja eben. Das sieht immer. Das sieht die ganze Zeit so aus, als würde jeder von euch einen Bumerang halten. Wegen der weißen Seite. So ist es? Nein. Nein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Mh. Tobi. Hä? Ich muss gerade so pinkeln. Ich bin tot. Tobi ist Traitor. Ich muss pinkeln. Ich bin Traitor. Bist du wirklich tot? Pippi ist Traitor. Ich will doch nicht mehr reden. Meine Pippi ist rot. Ich bin Traitor. Pan, was hast du da gerade hingeschmissen? Ja was? Das habe ich gesehen. Ja, heb doch auf. Wie sie stehen bleibt und wie in einem Horrorfilm sich so ganz langsam umdrehen soll. Das habe ich hingeworfen. Achso, die werde ich doch gleich mal zurückfahren. Schau dich! Ey! Aber ich habe die nur hingeworfen und die aktiviert. Ja, Granade! Okay. Follow Granade. Na guck mal Curry, wie geil das aussieht. Voll der Höllenhaie. Hey Tobi, du fängst! Tobi! Oh, ey. Ernster Pan! Ähm. 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 Pan? Ja? Was war das denn? Pan hat die Holy Dream. Ja. Was war das denn? Pan, bitte. Pan, was? Warum? Pan, warum? Geh mit nicht! Ah! Scheiße! Curry, Curry ist tot, Mann! Doch, war die jetzt zum dritten Mal Traitor, oder wat? Zum zweiten Mal! Ah, der hat's doch! Ja! Scheiße, ich wollte gerade! Ey, die Pan hat mich voll entrüppelt, ey! Oh, du armer! War das eine Entrüppelungsgranate? Ja! Die gibt's doch nur im Pott, Alter! Im Pott! Die Pan war's, ey, die Pan war's! Die hat's immer gemacht, die hat's immer gesagt, ich kann's offensichtlich nix sein! Das war den Pottgranate! Echt? Das ist so oft! Scheiße! Also du hast es auf jeden Fall schon mal gesagt! Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Bisschen gelb! Bisschen Pipi, der Kine! Ja, geil! Einer ist ein Error, Tobi ist ein Error! Du auch! Geil, geil! Was ist jetzt los? Hä? Was denn? Was Spiel ist abgestürzt? Wie? Nein! Was? Ach, stimmt! Ach, wenn man auf den Error schießt, schüttet das Spiel ab, okay! Ja! Okay! Tobi ist ein Error, Gonk ist ein Error! Wow! Wir sind alle Error der Natur! Sollen bleiben jetzt ja alles stehen und fahren auf den Curry? Geht mir nicht! Da kann er nicht mitspielen! Oh, er hat ja schon angefangen! Mann, ho! Wollen wir jetzt spielen? Das... Ich bin innocent! Ja, geil! Ja, ich hab mich auch! Warte mal, ich muss meinen Skin erinnern! Ja, ich hau auch ab! Was musst du, Tobi? Bin ich meinen Skin? Hallo? Kann mich vielleicht noch einer angucken wollen? Ich guck dich nicht an! Du bist ein Error und Traitor! Ja, du hast deinen Skin! Du hast deinen Skin! Ja! Ja, alles klar! Alles klar! Alles klar! Denkt an meine Worte! Denkt dran, Curry hat immer recht! Da ist der Mann mit dem Bauchgefühl! Ja! Das ist sowas von Bauchgefühl gewesen jetzt! Ja! Mhm! Wahrscheinlich sind Verbrauchungsbeschwerden! Immer wenn der Eri Trader ist, dann hab ich so'n Kribbeln im Bauch, weißt du? Dieses Kribbeln am Schlauch, dass man nie mehr vergisst! Nein! Tobi, 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 nein! Ich hab Schmetterlinge im Bauch! Na, hallo? Nein! Hey! Hör sich an wie so'n Alien-Laser! Aua! Aua! Wie doof ist das? Voll gut! Was macht ihr denn? Das willst du gar nicht wissen! Doch! Was machst du denn da hinten? Lustige Dinge! Ich komm grad hinten aus dem Traitor-Raum, ist doch klar! Aha, Erik, aha! Ist doch klar! Soll ich ihn mal erschießen? Das war übrigens Ironie! Ey, Tobi, wenn du jetzt meine Taktik, die Taktik von gerade nimmst, dann musst du jetzt auch auf ihn schießen, ne? Ja, eigentlich ja! Ich hab aber gesagt, das war Ironie! Ich hab gesagt, das war Ironie! Eigentlich ja! Ich hab gesagt, das war Ironie! Okay, okay! Alter! Alter, Tobi, Tobi! Tobi hat auf mich mit ner Forzgranate geschmissen! Mit so'n Forzfeil! Eigentlich ja, Erik! Forzfeil! Aua! Erik, bitte! Nein! Jaaa! Tobi, Alter! Wann, ich wollte die Tür doch so weit! Geil! Bevor ich gefurzt habe, erstmal noch fett den Tobi überlaufen ballern! Wenigens etwas Gutes heute! Ich hatte der Curry! Lego, Lego, Leute! Lego, Lego! Alter, auch hier drin! Achso, du bist doch da! Ah, super! Ja, ja, ja! Also, ich hab ein bisschen was gesehen, aber... Okay, warum? Wollt ihr sagen, warum wir die Lego-Map spielen? Jetzt... Ja, nächste Folge sagen wir noch! Ah, okay! Nächste Folge sagen wir noch! Ja, genau! Ist voll das Geheimnis! Mega-Geheimnis! Nächste Folge, extrem Aufdeckung! Boah, ich weiß noch damals, als wir anfingen... Ah, egal! Tschüss! Bis zur nächsten Folge! Ja, tschüss! Bis zur nächsten Folge! Tschüss! Mit U!